Konzentriere dich, Sahar. Ich hab's geschafft, hast du das gesehen? Wow! Ich weiß, es ist schwer zu akzeptieren, aber die Macht hat dich auserwählt. Ich hab's geschafft! Zerstöre diese Maschine und alle Aufzeichnungen davon! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Zerstöre! Ich hab's geschafft! Zu spät, Valgus! Konzentriere dich, Sahar. Ich hab's geschafft! Hast du das gesehen? Wow! Werdet ihr beide Kinder mitnehmen? Nein! Der Bruder hat nur eine schwache Verbindung zur Macht. Sahar, die Macht hat dich auserwählt. Sahar, nein! Ich spüre deine Vergangenheit, Padawan. Ich darf nicht mitnehmen! Ich darf nicht mitnehmen! Deinen Schmerz! Deine Angst! Wir können! So behalten die Sith und Jedi die Kontrolle, indem sie die Wege der Macht einigen offenbaren. Anderen aber nicht. Sahar! Sahar! Hör nicht auf ihn! Wie viele wurden zurückgelassen, damit die Jedi uns helfen? Gott spielen konnten. Sってk dich! Das ist im Treadweil, als dass er die Tänder schmerzt, mit dem sie verschenkt. Sattar! Nein! Oh nein! Ihre TAP-A-Protz! Nein! Nein! Für Macht, mein Kind. Und jetzt gib es mir. Ihr hättet meinen Bruder retten können. Was? Wurde ich von der Macht aus erwählt? Oder von euch? Dafür ist jetzt keine Zeit. Weißt du, was dein Meister da gerade zerstört hat? Saha, hör mir zu. Eine Maschine, gebaut, um jene zu finden, die die Jedi für unwürdig hielten. Schweigt! Gib es mir. Jetzt, Padamon. Noch ist es nicht zu spät. Gib mir die Pläne. Nein! Wir können deinen Bruder noch immer finden. Ich habe dich immer nur geschützt. Du musst mir vertrauen. Es tut mir leid. No! 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 Dein ganzes Leben warst du in einem Käfig, Padawan. Wenn du bereit bist, brich aus ihm aus. Naid, Education! Zack! Krieger, Fazio! Krieger, Krieger! Raaaaah!